Musik Ende des Jahres ist immer ein Anlass, die Schlussfolgerungen der gemachten Arbeit zu ziehen. Das Jahr des 25-jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen Darmstadt und Uschgrott war voll an Veranstaltungen, die die Entwicklung der Zusammenarbeit in vielen Branchen fördern. Im Laufe von drei Tagen war in Uschgrott eine Delegation aus Partnerstadt Darmstadt. Jeder von deutschen Gästen war für eine bestimmte Branche der Zusammenarbeit verantwortlich. Ich vertrete den Teil Tourismus und Verkehr in dieser Delegation. Tourismus ist ja nicht nur Hotel, Gastronomie, das ist Fremdenverkehr allgemein. Und Verkehr ist Straße, Luft, Luftverkehr und Eisenbahnverkehr. Und so habe ich Gespräche geführt mit vielen Direktoren von Berufsschulen hier in Uschgrott. Ich war am Flughafen in Uschgrott, habe dort eine Expertise abgegeben und bringe einen ganz großen Aufgabenkatalog von Fragen und von Projekten, nehme ich mit nach Darmstadt, um zu klären und zu bearbeiten. Und vielleicht können wir etwas Gemeinsames machen. In der letzten Zeit entwickelt sich bei uns sogenannten grünen Tourismus. Ob es aktuelle Frage ist? Das ist nicht nur hier so. Der grüne Tourismus ist ja der Tourismus der Landschaft, des Erhaltens, der Umwelt. Das ist überall ein großes Thema. Es ist sicherlich für Transkarpazien eine Zukunftsfrage, was den Tourismus angeht. Wie die Landschaft hier gepflegt wird und wie man sie erhält. Denn außer der schönen Landschaft Transkarpazien haben sie ja nicht so viele Projekte, touristische Projekte, die sich hier anbieten können. Um das Gewünschte zu realisieren und die Partnerschaft nicht nur auf offiziellem Niveau zu entwickeln, ist es wert, eine partnerschaftliche Gesellschaftsorganisation zu gründen. Wenn wir Städtepartnerschaft entwickeln wollen, müssen wir die Bürger maximal einbinden. Und die beste Möglichkeit, das zu tun, ist, einen Verein zu gründen. Also eigentlich sehr deutsch. Die Deutschen sind ja bekannt für ihre Vereinsmeierei. Aber Vereine haben auch was Gutes, weil die bringen halt Leute zusammen und die sorgen dafür, dass die Leute sich aktivisieren, austauschen und gemeinsam was machen. Deswegen wollen wir jetzt hier so einen Partnerschaftsverein gründen. Genau. Ja, es vereinfacht die Sache und es gibt mehr Effizienz. Wir haben ja festgestellt, dass bisher der Dialog nur zwischen den beiden Stadtverwaltungen lief. Und ich will das nicht kommentieren, ob er gut oder schlecht lief. Auf jeden Fall ist er verbesserungswürdig. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass der Dialog auch zwischen der Zivilgesellschaft läuft. Das heißt, in Organisationen, Vereinen, Gruppen, Universitäten in Darmstadt und in Uschgeroth. Und um das zu koordinieren, benötigt, würden wir es gerne sehen aus Darmstädter Sicht, dass hier eine Organisation existiert, die das Dach bildet als Ansprechpartner neben der Stadtverwaltung Uschgeroth. Das heißt, es geht, es ist ein organisatorisches Hilfsmittel. Umgekehrt hätten die Kollegen Uschgeroth den Verein, den wir schon haben in Darmstadt und sie können sozusagen die Informationen, die sie haben oder fragen, können sie direkt transportieren, sowohl an die Stadtverwaltung Darmstadt als auch an unseren Verein, Deutsch-Ukrainischen Freundeskreis. Gibt es schon so einen Kern von den aktiven Menschen, die dafür ein wichtiges Interesse haben? Gibt es, Gott sei Dank. Ich meine, so ein Verein wird ja auch nicht von Hunderten getragen in der Aktivität. Das ist eine Gruppe von Leuten. Ich denke, so fünf bis zehn Leute werden das sein. Die werden den Verein gründen und dann werden wir gemeinsam um Mitglieder, Partner und Sponsoren werben. Wichtig ist, dass der Vereinsvorsitzende als erste Person, als Aushängeschild des Vereins quasi, diese Person muss Deutsch sprechen, weil die Kommunikation mit Darmstadt wird ja auch auf Deutsch sein. Aber natürlich laden wir auch aktiv Leute ein, die kein Deutsch sprechen, weil natürlich wir sprechen hier auch andere Sprachen. Aber wichtig ist einfach, dass wir in dem Verein und im Vorstand auch Leute haben, die Deutsch sprechen, weil man kann nicht für jedes kleine Telefonat und jede E-Mail einen Dolmetscher aktivieren. Es braucht einfach in der Führungsspitze Leute, die Deutsch können. Und das schaut sehr gut aus. Es gibt hier sehr viele, die sehr gut Deutsch können. Und auch die, die nicht Deutsch sprechen, sind auch sehr aktiv. Und von daher, das schaut gut aus. Also sind wir jetzt noch am Anfang dieser Sache? Oder ist das schon ein Vortritt? Also anfangen, also man würde, glaube ich, auf Deutsch, auf Juristendeutsch, würde man sagen, Vorverein. Also wir haben jetzt einen Vorverein, wir haben Leute, die gewillt sind, den Verein zu gründen. Das große Problem ist einfach, das sind ja auch alles Leute, die sind aktiv, die haben Beruf, die haben Familie. Wir haben heute einen Arbeitstag. Das große Problem ist immer, die Leute überhaupt zusammenzubringen. Ja, und das ist immer schwierig. Also heute waren wieder andere Leute da als beim letzten Mal, aber der Vorverein existiert. Und ich denke, wir werden uns jetzt im Dezember zusammensetzen, die Unterlagen vorbereiten, eine Satzung schreiben und dann diese Satzung einreichen im Vereinsregister in Usgorod. Und dann denke ich, können wir den Verein Anfang Januar, Mitte Januar registrieren und offiziell die Gründung feiern. Das Logo wurde entwickelt von einem Designer aus Kiew. Das Logo haben wir einfach entwickelt und das schaut gut aus und mit dem werden wir arbeiten. Während der zahlreichen Treffen mit Aktivisten der Usgoroder Stadtgemeinde wurden viele Fragen weiterer Zusammenarbeit besprochen. Ja, wir haben heute ein paar neue Projektideen besprochen und auch konkrete Ergebnisse erzielt. So im Sportbereich, wo wir, wo konkrete Vorschläge von den Usgoroder Kollegen gekommen sind. Im Herbst, im September nächsten Jahres eine für Kinder und Jugendliche eine kleine Olympiade zu machen, wo Darmstädter und Usgoroder Kinder teilnehmen. Dieses Jahr, nächstes Jahr in Usgorod, danach in Darmstadt abwechseln. Die Aktivisierung der Partnerschaft im Sportbereich ist eine logische Fortsetzung der Zusammenarbeit, die vor 25 Jahren ab Kindersportspielen begonnen hat. Vor kurzem war unsere jugendliche Mannschaft der Wasserballspieler zu Gast in Darmstadt. Beim Wettbewerb haben unsere Jungen ein hohes Niveau der Meisterschaft demonstriert. Im Wettbewerb haben wir auch noch ein hohes Niveau von Darmstadt in Darmstadt. Im Wettbewerb haben wir auch in Darmstadt-Darmstadt-Darmstadt-Darmstadt. Sport ist keine einzige Branche, in der die Zusammenarbeit im laufenden Jahr aktivisiert wurde. Einige wesentliche Projekte wurden realisiert. Es geht um Schüleraustausch und Förderung der Kultur der nationalen Minderheiten. Wir waren in Darmstadt vor drei Wochen, denke ich. Und dort war ein Auftragsprogramm, das mit Roma verbindend ist. Also erstmals die Leute aus Darmstadt sind hier nach Huschgroth in Mai gekommen. Und jetzt im November sind wir nach Darmstadt gegangen. Und das war ein Auftragsprogramm, wo man über die Roma-Kulturzentrenentwicklung kennengelernt kann. Hervorragend war auch der Auftritt des Darmstadt-Europa-Orchesters in Huschgroth und in Mokatschewo im Sommer dieses Jahres. Im kommenden Jahr betrifft die Kooperation nicht nur die Musik, sondern auch die Malerkunst. Und da ging es auch um Ausstellungen, bildende Künstler, dass vielleicht zwei Künstler aus Huschgroth in Darmstadt ausstellen nächstes Jahr und zwei Darmstadt-Künstler nach Huschgroth kommen. Also ganz konkrete Vorschläge. Für die Partnerschaft ist es wichtig, Probleme zu entdecken und Schwerpunkte der künftigen Bemühungen zu bestimmen. Für die Tourismusbranche in unserer Region ist die Entwicklung der Infrastruktur von großer Bedeutung. Ist es möglich, also auch in dieser Richtung die Zusammenarbeit führen? Sicher kann Darmstadt oder Deutschland eine gewisse Hilfestellung geben oder sagen, wie wir es gemacht haben. Es gibt hier viel zu tun, das weiß ich. Ich bin jetzt seit zwölf Jahren in Huschgroth, immer wieder zu Besuch. Und als Touristiker habe ich natürlich die Frage immer, was macht ihr und wie sieht das aus? Und meine Dolmetscherin hier in Huschgroth tut sich gerade in diesem Bereich des Ökotourismus betätigen, führt Wandergruppen und Reitgruppen durch Transkarpazien und da ist es ganz wichtig. Es fehlt tatsächlich an der touristischen Infrastruktur. Die Wege müssen ausgeschildert werden. Wir brauchen entsprechende gute Hilfen, also Führer oder irgendwas in dieser Papierform, was die Leute mitnehmen können. Und das bedeutet, dass die Wege besser werden, dass die Schilder besser werden, dass die Leute sich auch nicht verlaufen. Denn der Tourismus ist nicht nur Gruppentourismus, wo immer ein Leiter vorne wegläuft, der weiß, wo es hingeht, sondern viele Leute wollen auch nur einen halben Tag einen Ausflug machen und dann wollen sie nicht immer einen Führer mitschleppen. Also da muss man noch einiges, sogar vieles hier tun in den Wäldern und in den Tälern, damit der Tourismus hier international geführt wird, dass das hier auch ankommt. Internationale Verknüpfung und finanzielle Unterstützung der Belebung der Partnerschaft im Rahmen des Projekts Schnellstartpaket Ukraine ist eine Grundlage für weitere Entwicklung unserer Gesellschaft. Engagement Global in Bonn hat, das ist ja eine Organisation, die im Auftrag des Ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung tätig ist, hat dieses Programm verlängert und gibt uns auch die Chance, im nächsten Jahr im gleichen Stil, aber teilweise mit vielleicht anderen Inhalten, dieses Projekt fortzuführen. Und das gibt den Uschgerotter Kollegen und uns aus Darmstadt die Chance, diese Partnerschaft noch zu intensivieren und zu verbessern.